tierprodukte sind gesund habt ihr das schon mal gehört heute möchte ich über ein phänomen sprechen was bei den leuten irgendwie thema ist seit ich auf discord bin und dort stages mache und zuhöre höre ich immer wieder diesen spruch dass menschen wirklich behaupten tierprodukte sind gesund das muss man sich mal reinziehen jemand sowas behaupten kann und ich möchte mal dieser logik folgen und das problem dieser logik aufzeigen dass man hingeht und sagt dass man nennt irgendein tierprodukt und sagt dann dass dieses tierprodukt gesund ist und dann fragt man diese person was denn gesund ist und dann nennen die immer das gleiche und realisieren einfach nicht was die dort überhaupt sagen weil die einfach den irgendwie egal ist wie die ratio ist also die die gucken sich eine bestimmte sache an im tierprodukt die gesund ist und sagen ja deswegen ist das tierprodukt gesund lassen aber den kompletten rest wegfallen es ist einfach wirklich hältst du in deinen kopf nicht aus gehen wir das einfach mal durch also ich habe mir mein studiendokument wo wir dann alles schnell finden können wenn wir irgendwas suchen mit steuerung f und ich habe hier so eine grafik erstellt um das besser darzustellen was ich damit meine also die grafik sieht dann so aus die habe ich auch schon gepostet und ihr könnt ihr euch auch screenshotten und überall teilen und das einfach wirklich das ist ganz genau was sie nicht veganer immer machen die machen diese logik hier die ihr dort seht die nehmen einfach ein tierprodukt gutes im fleisch zum beispiel kommen die auf die stage und sagen ja ich esse fleisch weil es gesund ist dann fragt man was ist gesund dann sagen die ja da sind vitamine drin und dann denkt man sich das kann es nicht wirklich ernst meine so vitamine vitamine was isst du für vitamine obst und gemüse oder isst du kadaver für vitamine und trinkst milch oder was also ich nehme lieber irgendwie eine handvoll blaubeeren eine handvoll erdbeeren und eine banane und einen apfel wenn ich vitamine haben will anstatt schnitzel eine vitamine ja das ist wirklich und da natürlich womit man die leute einfach direkt widerlegen kann ist einfach nur ein bisschen ahnung von der materie hast ist das natürlich hörst du sowas und kannst einfach nur mit dem kopf schütteln weil man natürlich sich den anteil angucken müssen wenn man ist ja ein kluger menschen man kann ja ein bisschen nachdenken deswegen muss man sich natürlich den anteil angucken was für einen anteil hatten das gute gegenüber dem schlechten oder das ist doch das was man macht oder deswegen sagen die leute dass gesunde sind vitamine oder es hat ja auch mineralstoffe und lassen komischerweise das hier wegfallen komisch dass man die 99 prozent schlechtem im fleisch in milch in eiern was auch immer wegfallen lässt das ist immer vitamine und mineralstoffe ja dann musst du mal die den menschen die frage stellen okay wie viel anteil machten das gute im gegensatz zum schlechten aus ich habe hier sogar den das trockengewicht ausgerechnet du kannst ja die vitamine und mineralstoffe kannst ja ausrechnen dann gibt es eine menge gibt es ein nährwerte fleisch ein dann steht da ja die menge wie viel davon drin ist so und so viel milligramm von diesem mineralstoff oder diesem vitamin da kannst du das gewicht ja zusammenrechnen im anbetracht des gesamtgewichts ne und ich bin auch noch so fair und bin hingegangen habe das wasser ausgerechnet somit wird der anteil von vitamin mineralstoffen ja viel größer weil das der anteil an wasser herausfällt er gibt ja am ende 100 prozent und wenn du der größte großteil ist ja wasser deswegen sogar wenn das wasser ausrechnen ist hast du 0,5 gramm mineralstoffe auf 30 gramm trockengewicht und macht immer noch ein prozent aus von daher bin ich da so fair gewesen wenn du jetzt auf 100 gramm rechnen ist dann wäre es nicht nur ein nicht ein prozent vitamin und mineralstoffe und man lässt den rest einfach wegfallen warum man sowas macht hört sich irgendwie an nach schlechtem gewissen gut reden das ist das einzige was mir dazu einfällt natürlich guckt man sich da diese ein prozent an und natürlich für jeden der ehrlich ist zu sich selbst und sich nicht selbst belügen möchte er guckt sich natürlich das an was den größten anteil ausmachen genau und das gleiche macht natürlich auch bei pflanzen bei pflanzen ist das hier geswitcht die zwei anteile wenn bei pflanzen hast 99 prozent gutes und ein prozent schlechtes wenn du ein prozent schlechtes bezeichnen willst wobei es nicht mal in wirklichkeit die ein prozent sind sondern sowas wie pestizide aber die kannst runter waschen klar bleiben da immer noch irgendwelche mini rest aber in wirklichkeit wäre es dann bei 0,1 prozent schlechtes in pflanzen und dann 99,9 prozent gutes in pflanzen und bei tierprodukten haben wir natürlich genau das gegenteil und deswegen hat ja gerade mein dokument offen damit man auch alles nachsuchen kann so gehst du die liste durch von dem aus was besteht fleisch anteilig aus was besteht es es besteht aus karzinogenen zum beispiel hier wissenschaften ich werde euch immer die wissenschaft dazu zeigen du gehst in die wissenschaft und guckst dir an welche karzinogenen dann findest du hier sowas dass das natürlich für menschen karzinogen ist und die karzinogene hier werden ein paar genannt ich habe hier in den dokumenten dann kann wir am karzinogene genau hier habe ich auch ein paar aufgelisteten winziger bruchteil der karzinogenen fleisch hier aber damit die wissenschaft noch mal habt ne nocs pahs haas lpos halt die üblichen verdächtigen und die ganzen die ganzen studien findet ihr natürlich hier in meinem dokumenten das sind zum beispiel die ganzen anti fleisch studien also hier das erste paper ist das vom rc also dass die cancer abteilung cancer research abteilung der who die sich 800 studien angeguckt hat und ausgewertet hat und gesagt hat ja fleisch ist ein stufe 1 karzinogen deswegen ja hier karzinogene die wissenschaft dazu dann hormone natürlich im gewebe sind immer hormon drin und allgemein jedem tierprodukt ist ja ganz klar das kommt aus einem tier raus aus muttermilch zum beispiel glaubst du muttermilch sind hormone drin dann kannst du ja angucken welche hormonen muttermilch drin sind wurden natürlich hier mit mit dieser analytischen methode hier die hier mal steht herausgefunden hier stehen dann sind dann die paper aufgelistet wo es herausgefunden wurde wurde und hier ist natürlich pro laktin igf 1 größer krebs promoter den es gibt pg2 dann die ganzen östrogene estriol zum beispiel estrone progesteron und so weiter in milch kuh milch eine logischer menschenverstand ist dafür gemacht um aus dem kalb eine kuh zu machen einfach nur ein bisschen nachdenken ein bisschen das hirn einschalten dann wachstumsfaktoren natürlich igf 1 wie gerade schon gezeigt natürlich in milch in käse in joghurt in butter diese ganze diese ganzen sachen natürlich hier sieht man natürlich dass den krebs promoter igf1 also in tierprodukten hast nicht nur push nicht nur den eigenen igf1 spiegel sondern hat auch schon preformt igf1 mit drin und wissen natürlich auf keinen fall zu dir nehmen in allen tierprodukten ist das drin das kann es nicht daraus nehmen alle tierprodukten bestehen aus derselben inhaltsstoffen das sind hormone drin das sind karzinogen drin das bestehen die bestehen hauptsächlich aus diesen beiden tierisches fett tierisches protein zudem kommen wir gleich als wachstumsfaktoren bakterien viren können wir auch mal kurz gucken bakterien was haben wir da bakterien und viren salmonellen kennt man in eiern zum beispiel sind auch in den anderen tierprodukten listerien e.coli und so weiter und so fort natürlich dann blv und der leukämie virus in milch zum beispiel bovine leukämia virus also hast du da diese problemstoffe drin das auch nur ein winziger auszug natürlich das was ich so auf die schnelle gefunden habe dann tierisches protein kommt man schon tierischen protein natürlich nieren schädigend leber schädigend krebs fördernd atherosklerose fördern ja hier stehen die ganzen disorders und krankheiten die man davon kriegt von daher trifft nur auf tierisches protein zu lustiger weise nicht auf pflanzliches auch so sehr interessant da haben wir tierisches fett natürlich dieses tierisches fett und krebs natürlich gibt es studien hoch und runter findet ihr alle in meinem studiendokument einfach hier eingeben zum beispiel tierisches fett und dann hast du hier die ganzen studien zum tierischen fett wie ist seine gesundheit ruiniert und tierisches protein haben wir gerade gesehen hier das paper das allumfassende cholesterin wie immer natürlich korreliert mit einfach allem eine krebserkrankung usw jetzt sagen ja korreliert ja nur das sind dann die wissenschaftsleugner von denen immer abstand nehmen das sind die leute die hingehen und sagen korrelation ist irrelevant habe ich letztens gehört auch noch genau deswegen kann es ja 99 99 prozent aller studien in den mülleimer kloppen genau man hat die einfach nur umsonst gemacht aus langeweile genau richtige experten also wenn korrelation unwichtig wäre dann wird es dir dann wäre wissenschaft unwichtig nennen würde niemand so etwas machen wenn es unwichtig wäre korrelation sagt einem etwas nennen deswegen macht man diese studien und hier sieht man natürlich dass deine gesamtsterblichkeit steigt um fünf prozent für alle zehn milligramm deziliter cholesterin also cholesterin spiegel und da gibt es halt studien ohne ende auch cholesterin und krebs kann ich nur sehr sehr empfehlen und sehr ans herz legen meiner meinung nach wird irgendwann rauskommen dass das die treibende kraft ist warum fleisch so schwer so schlimm krebserregend ist also nicht diese ganzen jeder einzelne punkt ist ein krebs promoter aber das hier ist die nummer eins wird irgendwann noch rauskommen denn deswegen sind eier so fürchterlich krebserregend dann hemeisen natürlich auch krebs promoter hier hast natürlich eine meta analyse und hier geht es vor allem um den mechanismus ganz ganz wichtig sich mechanistik data anzugucken wie sowas überhaupt funktioniert und genau das lässt man einfach alles wegfallen ganz komisch warum lässt du das wegfallen die 99 prozent und ich kann jetzt mal wieder eine logik anbringen um bei logik so verdammt wichtig ist wir vielleicht wisst dass diese logik diese menschen anwenden die sagen dass tierprodukte gesund sind so eine behauptung aufzustellen ich kann mich nicht erinnern dass jemals in meinem leben so eine behauptung gesagt hätte also nicht mal als fleischesser man weiß natürlich natürlich das nicht gesund man das gesund ist sind natürlich die pflanzen deswegen hat ein die mutter einmal gesagt ist hier dein gemüse vom teller weil man wenigstens irgendetwas gesundes essen soll und von daher weiß auch jeder menschen nur man muss sich anscheinend belügen so wie es aussieht aber diese logik angewendet auf einen anderen bereich können wir uns zum beispiel zigaretten angucken laut dieser logik würde ein mensch der sagt dass tierprodukte gesund sind wenn das in logical form darstellen würdest dann kannst du das beim rauchen sagen also bei zigaretten und sagen zigaretten sind gesund weil zigaretten haben antioxidantien haben sie ja tatsächlich ne ist ja eine pflanze ist aus pflanzen gemacht und da sind antioxidantien drin und weil dort antioxidantien drin drin sind zum beispiel zum anteil von einem prozent oder zum anteil von 0,1 prozent deswegen ist rauchen gesund das ist eins zu eins die logik die menschen bei tierprodukten anbringen das ist ihre logik wie findet ihr die logik wenn man das im kontext von zigaretten macht da würdet ihr sagen wenn interessiert dass da irgendwie ein prozent 0,1 prozent wie viel prozent auch immer gutem drin sind ganz komischerweise würde dich das nicht interessieren man könnte auch ganz ganz einfach nennen ein hypo machen wo du sagst in zigaretten sind ein prozent vitamine und mineralstoffe drin und deswegen ist dann rauchen gesund wenn ein prozent vitamine und mineralstoffe dort drin sind da würdest du sagen nein hey wie kann man so einen blödsinn von sich geben natürlich ist das nicht gesund auch wenn dort ein prozent drin sind du musst doch das schlechte angucken das ist doch das was relevant ist vor allem die ratio angucken klar wenn dort ein prozent schlechtes drin ist und 99 prozent gut ist dann klar dann würde man halt rauchen weil dieses dieses 99 prozent gute überwiegt halt das schlechte nur bei zigaretten ist das halt dass das schlechte 99 prozent genau wie bei tierprodukten deswegen bei zigaretten würde man das ganz ganz dämlich finden ganz ganz dumm so eine so ein argument zu bringen zu sagen ja weil dort gutes drin ist ist es gesund komisch dass man dasselbe bei tierprodukten macht 1 zu 1 dieselbe logik die man dort benutzt von daher einfach nur zum todlachen was für ein video ich euch da auch ans herz legen kann ist natürlich das hier das ist kann schon am titel lesen ein eis so schädlich wie fünf zigaretten pro tag näher ein eis noch viel schädlicher frohe ostern ja das hat die wissenschaft herausgefunden und von daher menschen glauben wirklich eier sind gesund eine eier die größte cholesterinschleuder die es gibt 66 prozent fett voller tierischen protein tierisches fett bakterien salmonellen und die aber nämlich salmonellen sind das problem sondern das tierische protein und das tierische fett und das cholesterin ist das problem ja aber wirklich menschen erzählen wirklich noch eier sind gesund genau ich werde euch hier auch unten das video verlinken mit eier sind noch ungesünder als rotes verarbeitetes fleisch welche welche und noch verlinken das wurde damals darüber wurde damals nicht nicht geredet als man da sich die daten anguckt hat und ja das einfach der punkt ne also vielleicht mal fair sein vielleicht mal logisch denken und sich angucken wie viel da ist gutes drin fleisch ist gutes drin aber du soll müsstest natürlich wenn du ein logisch denkender mensch bist die natürlich die ratio angucken von gutem und schlechten das würde mehr sinn ergeben und da kann ich halt empfehlen einfach mal sich studien anzugucken nicht irgendwelche meinungen irgendwelche blog einträge im internet irgendwelche artikel im internet ja guck mal direkt in die wissenschaft einfach mal direkt in die wissenschaft reingucken hier cholesterin krebs ja dieser riesen abschnitt guckt euch mal an das ist ja nur das was ich so mal nebenbei gefunden habe das ist ja nicht alles also cholesterin krebs würde jede studie raussuchen die es dazu gibt ja das würde ja seiten füllen das würde ja so aussehen wie vegan studien zum beispiel von daher einfach ein kluger mensch sein nachdenken und nicht darauf reinfallen dass jemand sagt fleisch sollte man essen weil da vitamine und mineralstoffe drin sind ja ein kluger mensch würde dann fragen was ist dort sonst noch drin dann das würde ein kluger mensch fragen von daher leute immer ein bisschen nachdenken und fair sein und dann fällt man auch auf solche auf solche dinge nicht mehr rein deswegen kommt gerne auf discord wer darüber sprechen möchte und i see you next time